In Köln-Deutz sind Jule Polanski und Peter Rothmeier auf Fußstreife. Das Wohnviertel des Stadtteils ist als ruhige Gegend bekannt. Eigentlich. Was ist denn hier los? Wo kommt der her? Helfen wir dich. Ich seh gar nichts. Guck mal da. Was ist denn hier los? Hallo? Junger Mann? Ich ruf direkt mein RTB, ja. Ja, 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 ja. Junger Mann, können Sie mich hören? Arnold für die 1532, brauche einmal ein RTB in die Luisenstraße, 48. Wir haben hier eine bewusstlose Person. Hallo, junger Mann. Ist gar nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar? Nicht ansprechbar. Hallo. Machen Sie mal auf. Hallo, schönen guten Tag. Was ist hier passiert? Wer sind Sie? Wir haben den Mann aufgeführt. Was ist mein Mann? Was ist hier passiert? Das kann ich Ihnen jetzt ganz genau gar nicht sagen. Wir sind hier auf unserem Streifen gegangen gewesen und haben ihn so vorgefunden. Wir haben vorher einen lautstarken Streit gehört. Hat er vielleicht irgendwie Feind oder so mit den Nachbarn hier irgendwie Probleme oder sonst was? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts? Tom ist voll beliebt bei so vielen Menschen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wir haben erst mal ein RTB bestellt. Wie Sie sehen, er blutet ja stark aus der Nase. Wahrscheinlich hat er frontal an draufgekriegen. Auf die Nase gekriegt, ja. Warten wir erst mal auf dem RTB und gucken, was er sagt. Okay. Hallo. Schon fünf Minuten später sind die Ersthelfer am Einsatzort. Ja, wir haben jetzt hier natürlich erst mal auf den Eintreffen des RTBs gewartet, weil bei uns gilt immer Prävention vor Repression. Das heißt, wir müssen uns erst mal mit den Verletzten kümmern, bevor wir hier auf irgendwelchen Suchen nach Tätern gehen. Und wir haben auch das Haus noch nicht betreten, weil wir wissen nicht, was uns da erwartet. Hallo. Wir haben auch noch Blut auf der Nase gekriegt. Der blutet ja stark daraus. Jetzt ist hier, Jule, guckst mal bitte. Mhm. Wir haben ja auch noch Blut an der Tür. Es wäre mir lieb, wenn wir einmal ins Haus gehen könnten. Ja? Ihr Mann wird ja gerade von der RTB-Besatzung versorgt. Wenn wir einmal ins Haus gehen könnten, um zu gucken, vielleicht ist da ja noch was. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist so irgendjemand drin. Kann ich denn den Schlüssel einmal? Dann würde ich nämlich einmal... Ich mache mal die Maske ab. Jetzt brauche ich sie erst mal nicht. Ja, erst mal nicht. Ich versuche mal hier. Hallo? Die Polizei? Hallo? Die Polizei ist da. Die Polizei ist hier. Hallo? Schön groß, aber hier ist erst mal keiner. Hier liegt ein Messer auf dem Boden. Wo? Hier. Mit Blut. Ja. Ist auch auf jeden Fall. Guck mal hier. Ja. T-Shirt und Blut. Scheint auch frisch zu sein. Alles. Da muss doch irgendwas passieren. Da muss ja irgendwo jemand sein, oder? Wer hat den halbnackten Ehemann niedergeschlagen? Die Beamten rechnen damit, dass der gewaltbereite Angreifer noch im Haus sein könnte und werden überrascht. Ach. Hallo. Hi. Ich habe mich angeschnecken. Ja. Und ich habe hier unten nach einem Handtuch gesucht. Okay. Wer sind Sie überhaupt? Ja. Ich bin Daniela. Daniela wer? Daniela weiter. Riedel. Gehören Sie hier zum Haus? Ja. Das ist eine... Wohnen Sie hier oder wohnen Sie hier nicht? Nee, ich wohne nicht hier. Okay. Was machen Sie denn hier? Also Sie haben sich in die Hand geschnitten. Erst mal, zeigen Sie mal ganz kurz bitte. Brauchen Sie da einen Arzt für? Ich denke nicht. Ich weiß es nicht. Der Schnitt ist schon ziemlich tief. Die RTW-Besatzung ist ja da oben. Die können da einmal drüberschauen. Dennoch wüssten wir wirklich mal gerne, was Sie hier machen in dem Haus. Ich weiß nicht, hat Ihnen der Herr oben nichts? Wenn wir wüssten, wer Sie sind und was Sie hier tun, würden wir Sie nicht fragen. Ich habe was mit dem, der hier wohnt, am Laufen. Sie haben was mit dem, der hier wohnt, am Laufen? Wie heißt denn der Herr, der hier wohnt? Ja. Also es ist ein bisschen unschlüssig, die ganze Geschichte. Ähm, was haben Sie da drin gemacht? Nach dem Handtuch gesucht. Nach dem Handtuch gesucht. Ich gehe da mal reingucken. Dann, äh, ja. Hallo? Erst mal nur ein Abstellraum, Jule. Jetzt ist erst mal nichts drin. Niemand versteckt, ja? Ich sehe nichts. Oh, was ist das denn? Hey! Jule, pass auf! Stopp, 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 stopp. Scheiße! Einmal da an die Wand. Wer ist das denn? Das ist mein Mann. Ja, dein Mann, genau. Ja. Und was macht der hier? Ja. Das wollen Sie auch fragen. Ja, das möchte ich auch wissen. Kann sie Ihnen bestimmt erklären? Sie konnte uns ja nicht mal sagen, warum Sie hier ist so wirklich. Also. Das würde ich halt auch gern wissen. Also ich würde mal sagen, wir gehen einmal nach oben oder erklären das oben. Mit allen mal nach oben, ne? Ja. Genau. Dann kann sich die junge Dame vielleicht auch nochmal was drüberziehen. Na, wenn sie möchte. Zum Beispiel. Dann im Gänsemarsch die Treppe nach oben. Ja, ich gehe einmal nach vorne. Und dann können Sie sich mal die Wahrheit überlegen. Frau Engels? Ja? Kennen Sie denn die zwei Herrschaften hier? Nein, ich habe die noch nie gesehen. Okay. Ihr Mann ist wieder ansprechbar. Hallo, Herr Engels. Polanski. Hallo. Können Sie mir denn mal erklären, was heute hier passiert ist? Weil wir haben Sie nur bewusstlos aufgefunden, können Sie mir sagen, wer die Herrschaften sind? Ich kann es nicht genau sagen, weil, also sie, sie kenne ich, ähm, ja. Ja. Wenn wir mal in den Sinn, woher? Also es war folgendermaßen, ich, äh, wollte meine Frau überraschen und, äh, ich bin im Moment arbeitslos und sie hat die ganze Arbeit und da wollte ich wenigstens die Wohnung auf Vordermann bringen und selber kriege ich das nicht so wirklich hin. Was ist das für eine Geschichte? Und deswegen... Haben Sie sozusagen eine Putzhilfe dann geholt? Genau, die Daniela. Okay. Und... 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 Der Herr? Ich, ich habe keine Ahnung, der hat bei mir geklingelt und, äh, ich war gerade auf dem Weg in die Dusche, mir schnell was übergeworfen, kam ich raus und dann schreit er mich an von wegen, äh, ich würde was mit seiner Freundin haben. Ja, die zuunfällig ohne Oberteil im Keller steht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber... Dass Sie sich vorher verletzt haben, haben Sie das schon noch mitbekommen? Oder hat sich das überschnitten, dass Sie gerade in die Dusche gehen wollten? Äh, da weiß ich nichts von... Haben Sie nicht gesehen. Die Beamten fragen sich, ist die leicht verletzte junge Frau wirklich nur eine Reinigungskraft? Polizeioberkommissar Peter Rothmeier spricht Tachendes. Herr Unger, der Herr Engels hat ausgesagt, dass Sie ihn geschlagen haben. Jetzt mal Butterbeidefische. Das ist doch offensichtlich. Ja, habe ich es halt gemacht. Vollkommen zu Recht, wenn der meine Freundin vögelt. Nee, das, Moment mal, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich... Na, erklär es uns doch. Ich wollte mir nebenbei was verdienen, als Putzfrau. Weil du ja bald deinen 30. hast und ich wollte dir eine Reise schenken und ich hab dir nicht genug Geld. Wenn du dich aber aus der Wohnung schleichst und mir ein Typ einen Bademantel aufmacht, was soll ich denn da denken? Aber, wie gesagt... Ja, ist ja erstmal gesagt, egal was Sie dabei denken, Sie müssen ja nicht gleich Ihre Fäuste sprechen lassen. Sie hätten ja auch einfach mal fragen können, Entschuldigung, ich bin ja Herr Unger, was macht denn meine Frau bei Ihnen? Ja, für mich war das klar. Ja, so klar war es anscheinend ja dann doch nicht. Schatz, das ist nicht so, wie es aussieht. Das ist der typische Fall hier. Personalien haben wir. Sie erwartet, ob das Missverständnis ist, hier auch eine Körperverletzungsanzeige. Ganz klare Kiste, der Herr ist verletzt. Und wir haben es aufgeklärt, hätte ich fast gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Herr Unger, einmal für Sie. Sie bekommen Post von uns. Das war ein klassischer Fall des Missverständnisses, ja. Wenn beide Partner ihre Lebensgefährten aufgeklärt hätten, worum es tatsächlich geht und was man vorhat, wäre diese Situation gar nicht erstanden. So erwartet den Herrn Unger eine Körperverletzungsanzeige. Ja, und den Herrn Engels vielleicht mehrtägiger Aufenthalt im Krankenhaus. Die junge Frau muss sich ebenfalls verantworten, da sie ihre Einnahmen nicht versteuert hat. Die Nase des Hausbesitzers ist zwar gebrochen, verheilt aber ohne eine OP. Die Nase des Hausbesitzers ist zwar gebrochen, aber ohne eine OP.